Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und heute möchte ich euch den Loadout der Commander-Klasse der US Army und der USMC vorstellen, sprich welche Primär- und Sekundärwaffen sie besitzen und welches Equipment beide nutzen können. Wie immer der Hinweis, dass ich hier noch eine frühe Version von Rising Storm 2 Vietnam spiele und hier und da vieles noch nicht fertig ist. Ja, der Commander besitzt als erste primäre Standardwaffe das M14 Gewehr mit 6 Magazin. Alternativ kann der Commander auch auf die M3A1 Greasegun zurückgreifen, die insgesamt 4 Magazine hat. Als Sekundärbewaffnung gibt es natürlich wieder die M1911A1 Pistole, allerdings soll es später auch eine Alternative dazu geben, aber bislang gibt es dazu noch keine weiteren Informationen. Zum Abschluss schauen wir uns noch ganz kurz das Equipment des Commanders an und da haben wir einmal eine M8-Rauchgranate und eine M18-Rauchgranate für Markierungen. Natürlich hat der Commander neben der farblichen Rauchgranate auch ein Fernglas zu markieren, um eben solche Support-Geschichten anzufordern. Und falls jemand von euch mehr darüber wissen möchte, gerade welche Support-Fähigkeiten der Commander anfordern kann, der schaut am besten jetzt oben rechts in der Infokarte vorbei, denn da habe ich mein Guide-Video verlinkt. Und dort findet ihr alle Informationen, gerade zum Thema, welche Fähigkeiten angefordert werden können und wie man sie anfordern kann. Ja, und das war der US-Commander aus der aktuellen Rising Storm 2 Vietnam Close Beta Version. Und wer nochmal alle Klassen nochmal im Detail wissen möchte, der schaut am besten am Ende des Videos nochmal auf der linken Seite vorbei, denn da ist die Playlist verlinkt zu den ganzen US-Klassen. Und falls ihr wissen möchtet, welche Klassen es auf der Gegnerseite geben sollte, der schaut am besten mal auf meinem Kanal vorbei, denn da ist alles sauber und ordentlich verlinkt. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich doch sehr über ein Like von euch freuen und ansonsten, falls ihr noch kein Abonnent von mir seid und ihr mehr von Rising Storm 2 Vietnam in der Zukunft sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall jetzt schon mal meinen Kanal, um in Zukunft solche Videos eben nicht zu verpassen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Viper.